Eine Frage haben wir aber noch. Eine Frage wurde sehr sehr oft gestellt. Was ist jetzt mit LA Galaxy? Hat es geklappt oder nicht? Bin ich Profi, ja oder nein? Das ist so die Frage. Nein, es hat nicht geklappt. Das war wirklich sehr enttäuschend, weil es nicht irgendwie daran lag, dass ich nicht gut genug war oder sonst was, sondern die Begründung. Also ich erkläre mal ganz kurz, wie das dann war an einem Tag. An einem Freitag, als ich zurückkam, beziehungsweise an einem Samstag, als ich zurückkam, bin ich am Samstag geflogen, haben die uns gesagt, dass wir bis Mittwoch noch Zeit haben, bis sie uns dann verkünden, ob wir wirklich dabei sind oder nicht. Und bis zum Mittwoch hat es auch gedauert. Das heißt, ich war im Gym, habe noch mein Boxtraining gemacht, noch ein bisschen trainiert und oben kam die E-Mail und da stand, thank you for being here. Unfortunately, hat nicht geklappt, weil bla 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 bla. Und jetzt möchte ich einfach aufklären, was Sache war. Und zwar die erste Sache, die ihr wissen müsst, ist LA Galaxy 2 für die Mannschaft, wo ich auch dort war in den Tryouts. Das war jetzt kein Probetraining. Das heißt, früher war es ja immer so, dass ich irgendwie zu den Vereinen eingeladen worden bin als Probespieler. Dann war ich mit der Mannschaft, mit der aktuellen Mannschaft, habe zwei, drei Tage trainiert und dann war direkt klar, ja oder nein. Und diesmal war es einfach ein Tryout. Das heißt, da waren 500 Leute, dann habe ich mich durchsetzen können und dann war ich in diesen Top 15, dann zwischen diesen Top 15 nochmal Top 8 und letztendlich hat es dann irgendwie nicht geklappt. Und der Grund ist einfach, LA Galaxy 2 spielt dieses Jahr vom März bis Oktober noch in der zweiten USL Liga. Und danach spielen die in der MLS Next Pro. Das heißt, alle Top-Vereine von der MLS spielen, lassen ihre zweiten Mannschaften in dieser MLS Next Pro ausbilden. Und das ist jetzt, die Betonung liegt auch auf dieser Ausbildung, weil du darfst dort nur spielen, insofern du 23 bist. Also das ist so die Altersgrenze. Und ich werde dieses Jahr in ein paar Monaten 26. Das heißt, für mich war das dann klar oder für die war es auch klar, okay, das macht keinen Sinn, für acht Monate Cem hierher zu bringen. Und danach muss man wieder gucken, wo es hinführt. Und dann war auch wirklich die Rede, weil ein Spieler, ein Kollege von diesem Tryout war mit der zweiten Mannschaft. Die brauchten einen linken Verteidiger für das Training und er hat dann mit einigen dort gesprochen und dann kam das Gespräch auf, dass ich sogar für die erste spielen könnte. Aber wir alle wissen, wie schwierig es ist, irgendwo in eine Top-Mannschaft einfach so reinzukommen. Das Gespräch war dann halt auch so, dass ich ein Feedback bekommen habe, dass ich wirklich ein sehr, sehr guter Spieler bin, dass ich alles mitbringe, was man braucht als Profi. Nur, dass der Profikader schon voll ist und dass man viel längere Analysen und Zeit bräuchte, das alles wirklich mal durchzugehen, um mich wirklich einzuladen in die erste Mannschaft. Das war einfach sehr enttäuschend. Das war vielleicht so diese Chance, die man vielleicht so bekommen hätte, aber es sollte nicht sein. Und ich habe auch in meinem letzten Video erwähnt, dass wenn Dinge nicht laufen oder wenn Dinge nicht klappen, heißt das immer, entweder das Universum schützt dich vor etwas oder größere Dinge warten auf dich. Und sehe da, der nächste Schritt war direkt auch hier in Deutschland. Das war einfach für mich so wie, ja, das war so eine klare Message für mich in meinem persönlichen Leben, dass ich hier bleiben werde, dass ich hier in Deutschland was aufbaue, auch mit euch. Ich meine, die Community wächst ja, die wird ja nicht immer kleiner, sondern die wächst. Mir geht es wirklich super gut. Das war eine sehr schöne Erfahrung. Es hat leider nicht geklappt oder nicht so gereicht, weil die Kaffeemaschine an ist. Und genau. Also die Stunde wisst ihr jetzt. Ansonsten bleibt einfach dran. Verleck Comeback ist eine große Sache. Es ist ein Prozess. Es ist nicht eine feste Sache, die einfach passiert, sondern es ist ein Prozess. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann.